einen wunderschönen guten morgen hier auf meinem wunderschönen kanal irgendwann in letzten jahrtausend wurde ich mal auf den amerik getauft und wir spielen hier immer noch gemeinsam unser wunderbares fallout 3 sind wieder in unserem häuschen in megaton und wollen uns dann gleich mal auf den weg machen den maulwurfs rattenabwehrstock auszuprobieren ich habe noch einen hotkey mod installiert gehabt mittlerweile ist er wieder runter geflogen der aber auch nicht so recht funktioniert hat könnte sein dass ich eventuell zwischendurch mal versuche den zu konfigurieren ich habe vorne glaube ich drei minuten wo ich verzweifelt versucht das zu konfigurieren weggeschnitten aber ich weiß nicht ob im video selber glaube ich habe ich nicht noch mal versucht aber ja deswegen nicht wundern der mod funktioniert irgendwie nicht habe ich nicht zum laufen gekriegt macht ex ich würde sagen dann wollen wir mal unsere maulwurfs ratten suchen viel spaß beim video und auf in spaceland wie kann ich das denn na egal testen wir demnächst mal aus so weiter geht's also ich wollte gucken ob meine dings noch oder ob sie dass die mir abgehauen ist sie hier noch drin ja ist es gehört okay haben wir uns mal eben bis morgen früh auf die aufs ohr so und dann raus nach ich weiß gar nicht wo gehen wir denn mal hin bisschen durfte steckt dass wir echt einmal komplett rund umlaufen müssen so kräftig zu bleiben aber gut müssen wir dann eben durch toilette ja kreative supply ist das red nein red war ja in big in small city nein wir wollen das nicht knacken wir wollen quatsch waren wir nicht wir wollen warten bis 8 uhr ob es neun oder sogar ja ja jetzt auch so what would you like to create i would like to create motorcycle fuel ich brauche alles klar ja ich habe noch nicht genug gefunden ich möchte was ich will eigentlich was verkaufen was im angebot mädel gib mir mal hast du tap in team im angebot nicht ein bisschen tap in team ist ärgerlich doof naja aber wir können ihr noch ein bisschen schrott andrehen hier ich will gleich mal gucken ich lasse mir gleich mal meine assault rifle von ihr voll hoch pushen und dann gucken wir mal ich lasse beide reparieren und dann gucken wir mal was mehr schaden macht grady's peacemaker weg damit power office brauchen wir noch sonstiges die kann weg das kann weg das kann weg fusions impuls ladung das war das ding für die bombe kann weg passt doch so kannst du mir was reparieren mädel sie kann mir nichts reparieren so what would you like to create ich wollte eigentlich gar nichts krierten quatsch ich wollte so ok ja ich glaube ich verkaufte die es heute ja ich verkaufte die es heute auch noch erstmal im moment nur platzwerk fragt mein ich brauche keine minen ich nutze keine minen brauche ich nicht quatsch alles blödsinn akzeptieren sie hat nicht genug kohle gehabt das ist ärgerlich hätte ich vorher sehen müssen naja was haben wir denn hier schönes an rounds die wir brauchen könnten die könnten wir brauchen und zwar alle 56 50er schießt die das sturmgewehr die können wir auch brauchen so 30 06 können wir verkaufen 32 brauche 308 da haben wir nix 44 haben wir nix 45 haben wir auch nix 2 mm ec haben wir nix so 4,7 haben wir nix normal 19 haben wir nix da haben wir nix flammer brauchen auf jeden fall da machen wir unseren sprit ja draus passt auf wiedersehen hallo 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 so so mein moped müsste da unten stehen was haben wir denn noch so für schöne quests steeling independence weste geht das stretch weste geht der röber wurde das röber schon entdeckt ist es nicht so man könnte jetzt natürlich darunter aber ich will ehrlich gesagt noch gar nicht in die hauptstadt was ist das jetzt hier wo es dann zur weise geht warum geht es danach da ja gut markierung entfernen würde ich sagen fahren wir mal zu du kauf war ja wir fahren mal zu du kauf gucken uns bei du kauf um was du kauf so im angebot hat du kauf du kauf so wie viel sprit ist noch drin 0,2 units das ist nicht viel aber wo soll ich denn da unten wahrscheinlich in diese in die 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 kanalisation rein vermute ich mal dass sie das meint dass da moritz drin sind meierlerks werden hier vorne immer aber wir gehen davon nochmal rein hier soll ich reingehen okay in den teppet zu moritz irgendwas hat er gerade geschossen okay test on tree wir testen das auch noch mehr was da oben ist bestimmt ein kleiner lagerraum oder sag ich doch kleiner lagerraum wie viel wollte sie insgesamt haben sieben glaube ich ne da hinten hängt wieso habe ich keine hotkeys mehr sind nur kaputt hä okay 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 muss ich gleich mal nachdem muss ich gleich mal nachdem muss ich gleich mal nachdem nachher oder vor der pause mal eben richten das ist irgendwie zack radar m14 assault rifle ja von mir aus wieder eine tote ist soll in der tote moritz ich brauche aber lebende raider rock salt nähe gehen wir noch nicht hin da können wir uns gleich durch ich will erst mal hier die blöden moritz fertig haben sieben stück soll ich killen riesengroße turbine mich dünkt die turret hat meine arbeit schon erledigt was ein bisschen ärgerlich ist aber gut ich brauche ich brauche Terpentine ich brauche Terpentine ich brauche Turpentine damit ich gleich noch ein bisschen äh hier sind aber noch welche das höre ich ja sechs ich glaube insgesamt sieben brauche ich es müsste jetzt glaube ich nur eine sein die wir noch zusammenschlagen müssen dann haben wir das auch fertig für sie hey hey das war nicht ne oder was sagen die aufgaben Tester und seven more ja von mir so dass das kriegen wir auch wohl noch grad so eben her dann würde ich sagen wollen wir mal gucken was wir dem herrn da oben noch eine Schnauze hauen können. Der da hinten sitzt. Der war ja da schon feindlich. Der ist hin. Rocksalt. Sehr schön. Wow! Natürlich habe ich jetzt gar nicht gesehen. Kommt auf einmal ein Raider von der Seite. Ist mein Kopf gecrippelt? Nein. Good. Whoa! Okay, ja. Dein letztes Simpack. Das ist natürlich doof. Wo ist die? Da ist die. So. Der ist hin. Was schleppt denn der alles mit sich rum? Fetten Sniper. Crunchy Mudfruit. Leather Belt ist gut. Da kann ich wieder, wie gesagt, wieder Dings draus bauen. Gesundheitsdinger. Nicht Gesundheitsdinger. Ach, wie heißt denn der Scheiß. Sachen, mit denen man abgebrochene Beine festbinden kann. Da fällt das Wort nicht rein. Iron? Ne, nix Iron. Iron. Ne, nix Iron. Die Aktenschränke sind Löhr. Ne, der Werksichkasten interessiert mich nicht. Ich wollte Dienst Electronics haben. Wonder Glue. Ich brauche. Kann ich das wohl schon lesen? Dienst Electronics? Ja, kann ich. Sehr schön. Wieder ein paar Punkte. So, dann sind wir hier mit durch. Okay. Auf dem Gucken auf dieser Seite steht auch noch alles voll mit Minen. Sag ich doch. Was gibt es denn hier drin, wo es schön ist? Nichts. Trotz versus Rei. So. Das hätten wir erledigt. Oh, das ist zu. Haha. Hurra. Nein, keine Frag Mine. Eine Frag Grenade wollte ich. Er ist unsterblich oder was? Ey, der steht doch mitten in der Explosion. Auch in diese blödsinnige Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay. ergeben ich treffe ihn nicht bieten reenter was er reenter stand passt nicht fünf von sieben dating 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 wird passen 47 ok between seaside serving vier von sieben was nicht auszeit service benning nein die kreis das ist die kreis wearing wearing und dating schwere aufheben also was hier so schön es gibt schreibmaschine brauchen eine schreibmaschine kontaktor ist box kontaktor öffnen frecknet war da noch eine zweite fester das richtig gesehen hier ist noch wieder whisky und das sieht aus wie ein gürtel oder sowas oder den rollschuh schade hätte das vielleicht eine gürtel das habe ich gerade aufgehobene power fest wie vor office mit der power fest reparieren geht nicht schade ich weiß die m14 weg diese scheiße also weiß nicht so scheiße ist aber die wirklich nicht mitnehmen hier ist schon alles tot ok mir aus da geht's raus würde ich mal behaupten messer schrott kann ich in megaton abliefern metal box camera pre war money müssen ausmisten was soll ich mit 4 44 marken muss ich muss zusehen dass er sehr schön das haben wir hier noch so schön ist railway spikes schrott sport wenn ich schlecht hallo ich brauche der peti egal so dann will ich mal hier gucken dann kann ich jetzt vielleicht tatsächlich doch was reparieren hier die nicht welche power festival mit der power fest reparieren nein kann ich nicht er dann nicht schade versuch was wert so da gibt es hier raus würde ich sagen und dann fahren wir zurück nach ok eine u-bahnstation beziehungsweise das was davon über ist wo wir jetzt so gelandet sind laufen wir jetzt zurück zu georgetown west hallo wenn das nicht der kleine wie bitte so shit ja da hast du keine chance da hast du keine chance gegen also müssen nicht mit der waffe da muss ich mal gucken wie ich da durchkomme ach du scheiße stimpaks habe ich nicht mehr ne ne habe ich nicht und stealth boy hätte ich blood pack reinschmeißen morphine reinschmeißen zehn treffer punkte ja gut dann nehmen wir die die Oh, du Scheiße. Geht da ab. Die liegt. Yes. Komm, noch einen. Noch einen. Ja, sehr schön. Komm, gib ihm. Noch eine Handgranate. Sehr gut. Oh, der ging daneben. Okay. Komm, noch eine vierte. Wir haben genug davon. So. Ah. Da ist noch ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. Gut. Dass ich mich noch mal freue über eine. Was hat die? Die mehr Rating als meine. Winterrest Combat Armor. 25. Ne, hat sie nicht. Ne P90. Süß. Sind die sich jetzt für mich um die Talent Company gekümmert? Ja, von mir aus. Gib ihm. Der hat eine G11. Heckler und Koch G11. Hahaha. Ist ja geil. Okay. Jetzt müssen wir uns noch um den kümmern. So. Und jetzt hoffen wir, dass hier irgendeiner Stimpax dabei hat. End meat. Sehr schön. Das ist echt. Die Kerle mit den Bärten haben die süßesten Frisuren hier. Das ist so geil. So. Äh. Äh. Also ich meine, ich habe auch lange Haare, aber äh. Äh. Die sehen ja echt süß aus hier, die Kerle. Ich jetzt. Mit ihrem. Ha? Mit ihren feinen, ganz glatten Haaren. Tatsache Heckler und Koch G11. 193 Schaden. Sechs Gewicht. Die nehme ich heute. Die will ich mal ausprobieren. Ähm. Muss man dann halt mal eine Power-Office wegschmeißen. Das macht aber nichts. Okay. Ähm. Die wollen wir natürlich nochmal richtig einstellen. Ähm. Ich brauche nur Single und Burst. Burst Mode, Raid of Fire sollen drei sein. Und hier soll es auch drei sein. So. Das reicht völlig. Da bin ich mal gespannt, ob die was taucht, die Knarre. Was haben wir denn hier schönes? Eine Nuka-Cola. Ein Kondaktor. Grognack. Ein Stealth-Boy. Ein Psycho. Ja, das läuft. Zwei Fission-Batteries. Muni. Noch eine Fission-Batterie. Noch eine Muni. Alter Schwede. Zehn drüber. Ähm. Was können wir denn mal wegschmeißen? Eine Combat-Shotgun kann weg. Und. Die 44er kommt auch weg. So, dann passt das. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns mal orientieren. Wo sind wir überhaupt rausgekommen? Ah, okay. Gar nicht mal so weit weg von Dukov. Das ist okay. Dann würde ich sagen, machen wir es mal auf dem Weg zu Dukovs Bude. Weil vor Dukovs Bude steht schließlich unser Moped. Und mit dem wollen wir wieder nach Hause fahren, ne? Ich brauche bloß mehr, ähm. Ich brauche Terpentin. Ich muss irgendwo Terpentin herkriegen. Oh, fuck. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Hat was das Ding. Ist ziemlich präzise. Klingt geil. Aber, ähm. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das so die... Ich glaube nicht, dass die sind die Top 3 meiner Lieblingswaffenschaft. So, wir müssen mal eben paar Waffen wegschmeißen hier. Damit wir wieder leicht genug sind. Was haben wir hier noch? Townhome. Gehen wir mal ins Townhome rein. Mal sehen, was es hier drin gibt. Wenn ich Glück habe, gibt es hier Terpentin. Pickle Jaw. Red Minus 1. What? Okay. Das esse ich gleich erstmal. Ähm. Red Plus 1. Dann haue ich mir das Pickle Jaw hinterher. Ah ja. Okay. Es ist bloß falsch angemalt. Es macht auch Plus 1. Das hätte mich auch... Alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Whisky. Uh. Was haben wir da? GI Joe. Wer damit? Empty Whisky Bottle. Hatte ich nicht gerade noch einen Grogner, den ich noch nicht gelesen habe? Da. Barbarian Rage Perk Edit. Ich weiß nicht, was es macht, aber es klingt schon mal gut. Whisky. Floppen. Baseball. Toll. Pre-Warm Money. Eine leere Truhe. Ein Vorkriegsbuch. Er hat auch nicht wirklich interessante Sachen. die in seinem Mäuschen gehabt war. Caps? Caps sind nie verkehrt. Richtig? We need Caps. So. Weiter geht's. Achso. Jetzt ist hier Foggy Bottom. Jetzt ist hier Foggy Bottom. Ich muss da runter. Ah. Da müsste ich aber... Ich hoffe, ich kann hier rechts. Das Ding ist leer. Das Ding jetzt auch. Achso. Der Mutant. Level Up. Sehr schön. Das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Ähm. Brauchen wir den mal. Reparieren muss eigentlich hoch, ne? Aber. Den pushen wir mal ordentlich hier. Ähm. Reparieren. Reparieren. Ich muss den Reparierenskill hochkriegen. So. Ähm. Gun Nut. Five Points to the Small Gun. Jawohl. Daher damit. Es könnte sein, dass ich eventuell was lesen kann. Yes. Sehr gut. Duck and Cover? Nein. Duck and Cover brauchst du Sprengstoff für wahrscheinlich. nicht. Pugilism is Nahkampf? Okay. Sehr gut. Warum liegt hier ein U-Bahnwagen? L86. Ach. Das ist schön. Was das hier für... Was die da für Waffen hinzugefügt haben. Das finde ich schön. Hier mal links Metrocar. Ist nicht die richtige Richtung. Wir müssen eigentlich eher da lang, ne? Ach. Wir müssen zurück. Verdammt. Ah ja. Hier sind wir ja. Okay. Wir müssen da hin. Kann man da zwischendurch zwischen den Häusern? Ne. Anscheinend nicht, wa? Sieht nicht gut aus. Ne. Kannst du nicht. Ne. Geht nicht. Okay. Gut. Wir verstecken uns im Metrocar. Was liegt da? Ah. Was ist denn das? Warum kann ich das nicht aufheben? Egal. So. Gut. Wir stehen immer wieder schwer verletzt irgendwo im U-Bahnwagen. Wie immer. Eigentlich sind wir ja immer irgendwie kaputt. Naja. Der Maruusratenabwehrstock war ja voll der tolle Erfolg. Wie gesagt. Man kann ja auch einfach totkloppen. Ist einfacher. Hast du weniger Ärger mit. Und naja. Egal. Ähm. Ja. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen da. Lasst gerne einen Kommentar da. Lass auch gerne ein Abo da. Jo. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ist unten verlinkt. Da tauchen auch viele andere Spiele auf. In diesem Sinne würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal im Wasteland.